Unser Ausblick Hier ist unser Haus Unser Bungalow Naum Ich hätte mich direkt nicht ratifizieren Guten Morgen Der erste Tag Der erste Morgen Unser Ausblick Von unserem Bungalow nach draußen Sehr, sehr schön Musik Der erste Tag ist schon mal Sehr schön Und hier kann man sogar die Glasplatte hochlegen Und dann könnte man auch hier einfach mal ein Wasser sprengen Hier oben durch So, hier ist unser Haus Unser Bungalow Hier ist die Sunset Bar Und dann sind hier auch noch andere schöne Häuserchen Gehen jetzt erstmal zum Frühstück und werden danach auf jeden Fall erstmal machen gehen damit wir mal das Gefühl von so schönem Wasser nochmal kriegen Ja, hier gibt es auch noch Ränselbitte hier, die man hier frei rumfliegen und ein bisschen Geräusch machen und sie haben hier ihr Gehege wo sie immer wieder rein können Und jetzt ist das hier der Weg zum Restaurant Und dann wie lange die Häuser sieht wirklich sehr Ja, wir haben jetzt gefrühstückt und sind jetzt einmal auf dem Strand auf dem Strand auf dem Strand auf dem Strand und Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wir haben es jetzt gerade eben noch rechtzeitig geschafft. Es regnet gerade ein bisschen. Aber das ist jetzt gerade so ein richtiger Sturm. Das ganze Bungalow, das wackelt nur. Es weht einfach unheimlich doll gerade. Wie ihr den Regen sieht. Jetzt sieht man das ja. Aber jetzt würde ich nicht unbedingt in den Baden gehen. Ich habe eigentlich gedacht, das ist gewittert. Aber auch so ein paar Blitze und Donner von Balken war jetzt noch nicht zu erkennen. Naja. Der erste tolle Sturm ist vorbei. Aber ich glaube, das dauert noch ein paar Minuten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.